Chaitanya zeigt den Bhaktas seine vielfache Gottesgestalt. In Klammer Chaitanya Bhagavata Madhya Kanta 8 Und also geschahen täglich wundersame Dinge, doch außer einigen wenigen Bhaktas des engeren Kreises wusste niemand davon. Mit seinen Bhaktas tat er Kirtan in Navadvip Und seine ewigen Begleiter, die an mannigfachen Orten geboren waren, kamen einer nach dem anderen nach Navadvip und wussten, dass Gott der Herr Avatara geworden war. Und aller Herz war voller Glück und die Weichnavas, die seine Offenbarung gesehen hatten, waren furchtlos und überwältigt von höchstem Aanander. Und er betrachtete alle seine eigenen Gefährten als seinem eigenen Leben gleich. Und er, nachdem die Weden ununterbrochen suchen, war hier und umarmte alle in Prima. Und er geht in die Häuser aller seiner Bhaktas und in jedem Haus zeigt er die vierarmige oder die sechsarmige Gestalt und andere ewige Gottesgestalten der Avatarers. Je nach ihrem guten Geschick sehen seine Bhaktas, die Diener seiner Füße, die entsprechende Gestalt. In Klammer Chaitanya-Chandro Dayam 2 Von allen Seiten schwirren honigtrunkene Bienen, deren tiefe Farbe den monderleuchteten Himmel dunkel machte. Und alle Bhaktas spürten den Duft von Wein aus Kadamba-Blüten. Die Bhaktas fragten Mahabrabhu, Von wo kommt dieser lautere Duft her, der in uns Staunen hervorruft? Wir sehen einen Pflug und einen Mörser, in Klammer Insignien Balaramas. Da sagt der Vishwambara, Er, der alle Herzen zerwühlend anzieht, in Klammer Shankarshan, ein Name Balaramas, wird heute in Erscheinung treten. Und während Mahabrabhu so sprach, wurde der Gaurajandra, der goldene Mond, weißlich. Und an einem seiner Ohren spielt eine goldene Schlange wie ein Ohrschmuck. Seine Augen waren rötlich und unstet. Und im Spieltrieb wurde er Pflugträger. Und die Bhaktas sangen neue und neue Lieder, und sie besangen mit Preisliedern den Staunen erregenden Bhagawan. Und auf solche Weise machte er die Gestalten der Avatarers sichtbar. Rudra, Varaha, Nusimha und so weiter. Und als der Tag vorbei war, zeigte Bhagawan dem Nityananda in der Einsamkeit die sechsarmige Gestalt. In der sechsarmigen Gestalt hält er in zwei Händen die liebliche Flöte und in vier Händen Keule, Muschel, Rad und Lotus. Mit offener Krone, mit Halsketten, mit Armspangen, dem bis zu den Knien reichenden Waldblumenkranz, er war unvergleichliche, dichte Essenz von harmonischer Schönheit der Glieder und außerordentlich, jugendlich und zart. Fußnote 427 Die Krone, die Halsketten, die Armspangen, der Waldblumenkranz sind ebenso wie die Gestalt Krishnas aus sein Erkenntnis Glück, Sat-Cit-Ananda, gebildet und unberührt von Zeit und Raum und Materie. Und diese unerhörte Lieblichkeit schauend, wurde Nityananda von grenzenlosen Glück erfüllt, wie hilflos. In Klammer Chaitanya Bhagavata Madhyakanta 8 Eines Tages weinte Chaitanya im Bewusstsein, eine Gopi zu sein und weiß nichts von Tag und Nacht. Eines Tages weist er sich als Udhava, als Akrura, als Balarama. Eines Tages als Brahma, der Weltenbildner. Und er rezitiert den Hymnus Brahmas an Krishna. In Klammer Bhagavatam 10.14 Und stürzt vor ihm zur Erde. Und eines Tages singt er wieder Preislieder als der Knabe Pralat. In Klammer Bhagavatam 7.9.7 bis 10.17 Und in solcher Weise treibt er im Ozean der Bhakti. Die Mutter treibt ebenfalls in Glück dahin. Doch in ihrem Herzen ist Sorge. Wird er eines Tages das Haus verlassen? Und sie sagt, Gehe und bade in der Ganga. Doch er antwortet bloß, Jai Krishna, Mutter sag, Jai Krishna, Jai Rama. Und wenn sie etwas fragt, so sagt er nichts außer Krishna, Krishna. Sein Versunkensein, in Klammer ganz Udhava, ganz Pralat zu sein und so weiter, ist unbeschreiblich. Und jedes Mal ist es denen, die ein solches Versunkensein schon gesehen haben, als ob sie es noch nie zuvor gesehen hätten. Eines Tages kommt ein Bettler, der Shiva-Lieder singt und auf einer Trommel dazu spielt, um an Prabhus Tor zu betteln. Und er singt und tanzt. Als Prabhu-Vishwambara von den überweltlichen Eigenschaften Shivas hört, wird er die Gestalt Shivas mit dem hohen Haarschopf und er springt auf die Schulter des Bettelsängers und ruft. Ich bin Shankara, in Klammer Shiva. Und Mahabrabhu fordert ihn auf. Singe, singe! Und der Bettler, ein wirklich großer Mensch, singt und singt Shiva-Lieder. Und er hielt wirklich alles an einem Orte. Denn in seinem Wesen war kein Vergehen. Und deshalb hatte er das große Glück, dass Gaurajandra auf seinen Schultern stand. Und als Prabhu-Vishwambara wieder Bewusstsein der Außenwelt hatte, gab er selbst Gaben in den Bettelsack. Und der Bettler hatte das Ziel seines Lebens erreicht. Und die Rufe, Hari, Hari, erfüllten die Luft. Und also erfolgte die Offenbarung von Krishna Bhakti und sein Spiel als Ishvara mit den Seinen. Und dann ruft Prabhu die einzelnen Bhaktas, je nach ihrer inneren Wesensart, und nennen sie beide Namen, die sie in der früheren Lila hatten. Balarama, Shiva, Shukka, Narada, Pralada, Rama, in Klammer Lakshmi, Prama, Udhava, und so weiter. Und macht unter Vorwänden Worte, die andere nicht verstehen, offenbar, wer jeder ist. Doch nur diejenigen, die von Beginn an hereingelassen waren, durften diesen Tanz sehen. Niemand anderer. Denn Prabhu hatte den strengen Befehl gegeben, die Tür immer fest zu verschließen, damit die Außenstehenden keinen Zutritt hätten. Und viele eilten herbei, von dem Kirtan angelockt. Doch mussten sie draußen bleiben, vor dem Tor. Und tausende riefen, wir wollen auch sehen, öffnet die Tür. Die Weischnabers waren alle in das Kirtan versunken. Sie wussten nicht einmal von sich selbst, von anderem gar nicht zu reden. Die Gottlosen unter denen, die nicht herein durften, fingen böse an zu lästern. Sie betteln ihr Essen zusammen und essen heimlich Leckerbissen. Sie trinken Wein. Niemai ist in schlechte Gesellschaft geraten. Sie sind mit Mantras, Wein und Mädchen beschäftigt. Doch die Bhaktas hören das alles nicht. Sie singen und tanzen. Ein Jahr war viele Weltalter. Und doch wusste niemand davon, im Glück Chaitanya dienen zu dürfen. So wie eine Nacht in der Rasa-Lila viele Weltalter währte und den Gopis wie ein Anblick schien, so war die Offenbarung das Aufleuchten der unfassbaren Shakti Krishnas. Dann greift Prabhu einzelne Bhaktas heraus und berichtet von seinen geheimen Taten mit ihnen. So fragt er Schrivas. Erinnerst du dich, wie du zuhörtest, als Devananda das Bhagavatam vortrug und erklärte? Und da das Bhagavatam durch und durch aus Prima Rasa besteht, wurde dein Herz weich, als du zuhörtest und du fingst laut an zu weinen. Doch die blöden Leute, die nicht wissen, was Bhakti-Yoga ist, verstanden nicht, warum du laut weintest. Und du selbst hattest kein Bewusstsein der Außenwelt mehr und unter der Gewalt des Prima zeigten sich bei dir Veränderungen wie Tränen und so weiter. Da brachten dich die Zuhörer hinaus vor die Türe und Devananda hinderte sie nicht daran. Denn er, der Guru, wusste genauso wenig, was Bhakti ist, wie seine Jünger. Und sie ließen dich vor der Türe und du saßest allein und wolltest doch so gern mehr vom Bhagavatam hören. Da kam ich, in Klammer aus Vaikuntha, und war in deinem Herzen und gab dir meinen Prima Yoga. Und du hörtest das Bhagavatam, in Klammer, das wirkliche Bhagavatam, und deine Prima Tränen benetzten die Erde. Fußnote 428 Prima Bhakti-Yoga ist die Macht, beim bloßen Hören des Bhagavatam die völlige Einheit der Worte, die von der Lila berichten, und der Lila selbst zu erkennen. Doch erst auf der Prima Stufe des erkennenden, liebenden Gott Dienens kann das Aufleuchten der ewig seienden Lila erfolgen. Und so gibt er all den anwesenden Bhaktas, von Advaita angefangen, Erkenntnis von dem, was er mit ihnen tat. Er bleibt unverwandt, der Herr, der alle Verehrung und Puja entgegennimmt. Er lässt Shridhara rufen, damit er seine Offenbarung erleben könne. Sie gehen zu ihm, dem Armen, der das Innere der Bananenstauden verkauft, und nie mehr als Preis verlangt, als was angeboten wird. Und Shridharas sang die ganze Nacht schlaflos den Namen Krishnas, laut und zum großen Ärgernis der Gott abgewandten. Die meinten, er schreie in der Nacht, weil er vor Hunger nicht schlafen könne. Doch er kümmert sich um nichts und singt in der Nacht in Prima Yoga laut den Namen. Auf halbem Weg begegnet Shridhar den Bhaktas. Er wird ohnmächtig im Glück des Prima, als er hört, dass Prabhu ihn rufen lässt. Sie heben ihn auf und bringen ihn schnell zu ihm. Im Angesicht, wie Schwamberas, wird er gefasst. Und dann fordert Prabhu den Shridhar auf, seine Gestalt zu sehen. Und er sieht die dunkelblau leuchtende Shriyama-Gestalt mit der Flöte zur rechten Seite Balarama. Und er sieht, wie Brahma und alle Devas Sanakana, Narada, Shukha, die Prakriti, die Rama, in Klamalakshmi, ihn preisen. Und Shridhar wird wieder ohnmächtig. Doch Prabhu befiehlt ihm aufzustehen und er erhebt sich. Und Prabhu fordert ihn auf, ihn zu preisen. Und Shridhar sinkt seinen Preis. Unter anderem sagt er, Einst warst du in Gokula, heute in Navadvipa. Du hieltest so lange die Bhakti in deinem Inneren verborgen. Durch Bhakti-Yoga erkannte Bhishma auf dem Schlachtfelde, wer du bist. Durch Bhakti-Yoga bannt dich Yashoda in Klamal-Bhagavatam 10.9.1-23 Durch Bhakti-Yoga ließest du dich von deinem Hirtenfreund Shridham in Vraj besiegen in Klamal-Bhagavatam 10.18.24 Um der Bhakti-Willen ließest du dich besiegen und du liefst umher und hielst die Bhakti geheim. Doch nun ist diese Verstellung vorbei. In Klamal die Verstellung als ob du einer wärst, den man besiegen könnte. Du hast dich auch in der Maya arroganter Gelehrter verborgen. Und jetzt stehen alle vor dir als dem Herrn und bitten dich um Bhakti. Prabhu versucht ihm Gaben große Yogamächte und so weiter anzubieten. Doch Shridhar bittet nur Gib mir eine Gabe dass dieser Brahmane sich täglich meine Bananen hole dass dieser Brahmane von Geburt zu Geburt mein Herr sei dass dieser Brahmane mit mir streite Lass die Lotusse deiner Füße mein Herr sein. Und Shridhar weint laut und alle Bhaktas sind überwältigt und weinen. Dann bittet Vishwambara dem Shridhar lachend die Gabe an ein König in einem reichen Lande zu sein. Doch Shridhar will es nicht will nur die Gabe immer seinen Namen singen zu dürfen. Und Prabhu sagt Shridhar Du bist mein Diener Du hast meine Offenbarung als Herr gesehen und doch ändert sich dein Sinn nicht. Ich gebe dir Bhakti Yoga wie er sogar den Veden verborgen ist. Die Bhaktas jubeln Reichtum nichts Familie nichts Wissen nichts Wer vermag alle diese Diener Chaitanyas zu verstehen? Was bedeutet ihnen Wissen Besitz Schönheit Ruhm angesehener Familienstand? Es führt nur zu Stolz und er weist sich als wertlos. Das was der Bananenverkäufer Shridhar erhielt das haben in Millionen von Zeitaltern die größten Reichen nicht erhalten. Wer hat wohl die Kraft zu erkennen wer ein Vaischnaver ist? Er hat alle Yogamächte Siddhi Doch sieht es aus als ob er im Elend wäre Beweis dafür ist der Shridhar selbst der nur die Bhakti begehrte und alle acht Yogamächte verachtete Alles Leid das ihr im Leben eines Vaischnavas seht wisst dass es Freude höchsten Glücks ist Doch diejenigen die von den Sinnesdingen geblendet sind wissen nichts und trunken von Gelehrsamkeit und Reichtum erkennen sie den Vaischnaver nicht einander hält hält den Schirm Advaita und andere große Bhaktas sitzen vor ihm und dann ruft er Murari und fordert ihn auf seine Gestalt zu sehen und Murari sieht Rama zur linken Sita rechts Lakshman und Scharen von Affen die Rama preisen Murari sieht es nur einen Augenblick dann fällt er ohnmächtig hin er war Chaitanya er war Chaitanya in die Falle gegangen da ruft Vishwambara Murari steh auf du bist mein Leben ich bin Rama du bist Hanuman schau her und verehre die Sita denn als du ihr leid sahst weintest du und er forderte Murari auf eine Gabe zu wählen doch Murari will nichts als immer seinen Namen singen und in jeder Geburt mit jenen beisammen sein die Prabhus Diener sind alle Vaishnavas lieben den Murari sehr Murari der Arzt ist der geliebte des Murari Bhagavan in jeder Herabkunft Fußnote 429 Murari Murari ein Gottesname Feind und Töter des Dämons Mura Chaitanya der Herr sagt hört alle zu wer immer den Murari lästert auch nur ein einziges Mal Millionen Male Baden in der Ganga werden ihm nicht helfen beim Namen von Hari und Ganga sage ich ich werde ihn erschlagen verborgen in Glammer Gupta wohnt Murari in Glammer Bhagavan in seinem Herzen deswegen heißt er Murari Gupta alle Vaishnavas weinen ob der großen Gnade die er dem Murari erwies und Murari und Shridhar liegen vor ihm und weinen und er ist Bethel und Donut und Donut dann ruft Prabhu den Haridas und fordert ihn auf ihn anzuschauen und sagt du bist größer als mein eigener Leib deine Kaste ist mir teuer in Klammer Haridas ist kastenlos also nicht Hindu als die Mohammedaner dich quälten da zerriss es mir das Herz und als sie dich in der Stadt herum schleppten und schlugen kam ich von deinem Leid ergriffen aus Weikunther mit dem Chakra in der Hand um sie alle zu erschlagen doch du dachtest nur an das Wohl derer die das Leben aus deinem Leibe heraustreiben wollten bei allen Schlägen hattest du keinen üblen Gedanken gegen sie die dich schlugen sondern wolltest heil für alle und da konnte ich keine Gewalt anwenden und das Chakra das ich um deinet Willen mitgebracht hatte war zwecklos ich konnte wegen deines Entschlusses nur Gutes für sie wollen keinen erschlagen und da habe ich ungesehen all die Schläge auf meinen eigenen Leib genommen schau her und siehe die Male selbst bei den Worten des Herrn voller Gnade und Erbarmen viel Haridas in Ohnmacht zu Boden kein Bewusstsein der Außenwelt kein Anzeichen von Atem versunken in Ananda Prabhu forderte ihn auf aufzustehen und die Augen mit dem Aufleuchten seiner Offenbarung zu füllen und Haridas steht auf doch was kann er sehen seine eigenen Augen weinen bloß Haridas sagt Herr dem Ärmsten der Sünder Gnade ich bin der Erbärmlichste von allen Kasten ausgestoßen wie soll ich deine Größe preisen können wer mich berührt muss sofort baden und Haridas bittet immer an ihn denken zu dürfen ich bin nicht würdig dich anzuschauen nur um um eine gabe bitte ich bravo sagt sprich es aus sprich es aus da ist nichts was ich dir nicht geben könnte alles ist dein und Haridas bittet mit gefaltenen händen gib mir herr mir dem armseligen eine große hoffnung mag ich das zu mir nehmen dürfen was deine diener die den lotus in deiner füße dienen beim essen übrig lassen fußnote 430 den resten der speisen welche die großen bakters berührt und dadurch geheiligt haben eignet läutende gnadenkraft sie sind zu brasada geworden o du sohn sagis herr vater habe gnade lass mich ein hund an der türe deiner bakters sein voll prima bakti sagt brabu höre zu mein haridas wer auch nur einen tag mit dir zusammen weilt mit wem du auch nur einen augenblick sprichst er wird sicherlich zu mir kommen so ist es und nicht anders wer gläubiges vertrauen zu dir hat der hat gläubiges vertrauen zu mir ich weile immer dar in deinem leibe durch dich vermag einer zu erkennen dass ich der herr von vaikuntha bin du hältst mich ewiglich in deinem herzen gebunden und ich gebe dir solche bhakti dass du nie ein vergehen begehen wirst weder zu mir noch zu meinen vaishnavas und alle vaishnavas jubeln geburt familie werke reichtum erreichen nichts ohne innere qual des sich erbärmlich wissens in klammer arti erreicht man den reichtum des prima zu krishna nicht einige sagen haridas ist brahma andere sagen haridas ist pralad doch nach den meinungen aller ist haridas ein ganz großer bhaktar maha bhagavata der inmitten der familie der chaitanya bhaktas spielt so wie pralad ein dämon zu sein scheint und hanuman ein affe so scheint haridas von niedriger geburt zu sein haridas weint es weint murari gupta und schritt haar und bravo wie schwammerer lacht und ist betel ein riesiges leuchten so sitzt er auf dem thron und der leuchten der nidyananda hält den schirm über sein haupt bestrafung mukundas mukunda aber saß draußen hinter einer wand des hauses und hatte nicht die kraft vor ihn hinein zu treten alle baktas lieben ihn sehr denn alle wissen um sein herz und leben er tut dauernd kirtan und lauscht brabu und niemand weiß warum er so hart bestraft wird weder ruft ihn der herr noch vermag er selbst zu kommen und alle krämen sich um sein willen da sagt schrievas vernimm o herr der welten was für ein vergehen hat mukunda gegen dich begangen du liebst ihn und er ist unser aller leben wir werden doch alle von mukundas gesang ergriffen er ist so stark der bhakti gewidmet immer bedacht kein vergehen zu begehen und niemanden zu missachten und wenn er doch ein vergehen begangen hat dann bestrafe ihn und gib ihm in gott gegründeten frieden warum hältst du einen diener von dir fern wenn du ihn nicht rufst vermag er nicht vor dir hinzutreten o herr tue das beste für ihn bravo sage das nicht noch einmal wage nicht noch einmal um dieses bürschleins willen mich zu bitten er ist heute genauso wie früher bald mit grashalm im mund bald angriffslustig mit dem stock in der hand mit einer hand berührt er meine füße und mit der anderen wirkt er meine kehle dieses bürschchen mit dem grashalm und dem stock darf mich nicht sehen fußnote 431 grashalm im mund zeichen tiefster demut sich niedrig wie das vieh zu dünken da sagt der große bagda schrievas ein guter sprecher wer ist berufen deine worte zu verstehen wir vermögen doch in mukunda keinen fehler zu entdecken wir sagen das unter berufung auf die lotus deiner füße die furchtlosigkeit schenken brabus sagt oh dieses bürschchen je nachdem wo er hingeht redet er entsprechend und gebärdet er sich mit advaita zusammen liest er yoga und dann tut er wieder als ob er in bhakti yoga wäre kommt und tanzt und singt mit dem grashalm im mund und wenn er zu leuten von anderer richtung geht dann redet er so wie sie hat keine achtung für bhakti und geht mir an die kehle und sagt es gibt etwas was größer als bhakti ist und so schlägt er mich immer wieder und wieder er vergeht sich gegen die bhakti und deshalb darf er mich nicht sehen fußnote 433 es war advaitas geheime art denen die nicht in bhakti wurzeln die maya lehre darzustellen welche die ewigkeit der gestalt des absoluten leugnet und keineswegs das wesen der bhakti zu erklären mukunda war einer der wo er auch hinkam sich anpasste und zum beispiel in gesellschaft von anhängern shankarajaryas erklärte dass auch bhakti noch maya sei solches zu sagen heißt mahabrabu an die kehle greifen und ihn schlagen mukunda hört das alles von draußen und vernimmt dass er ihn nicht sehen dürfe mahabrabu weiß dass ich einst mal unter dem Einfluss meines früheren guru die bhakti ablehnte die mahabrabu chaitanyas eigene shakti ist so dachte mukunda und er beschloss es gebührt sich nicht diesen leib in dem ich vergehen begangen habe länger zu behalten von diesem leib will ich mich lossagen mukunda fragt shrivas sage was hat bravo gesagt wann werde ich seine offenbarung als gott der herr sehen dürfen und mukunda weint bitterlich und sein leid fühlend weinen alle bhaktas bravo sagt wenn er eine million geburten hinter sich hat darf er mich zweifellos sehen da wurde mukunda der diener chetanjas von anander glück überwältigt und er wiederholt in tränen dass er ihn nach millionen leben sicher sehen werde ich werde sehen dürfen ich werde sehen dürfen und er fing an zu tanzen von brema überwältigt und er tanzt und sie alle hören seine worte ich werde sehen da lacht mahababu und sagt ruft sofort den mukunda und sie alle rufen mukunda komm her mukunda wusste nicht warum doch freut er sich ein wenig brabus sagt dein vergehen ist fortgewischt komm schaue mich erhalte dein gnadengeschenk und die baktas alle ineinander erfassten ihn und brachten ihn vor ihn und mukunda sah die ishvara offenbarung chaitanyas und stürzte zu boden brabu steh auf steh auf mukunda da ist kein stäubchen von vergehen mehr in dir was du tatest das war die folge davon dass du dich nicht in der gesellschaft der rechten menschen aufhielt ist jetzt hat die bhakti in dir mich besiegt denn als du hörtest dass du mich nach millionen geburten zu sehen bekommst hast du dich gefreut dass du mich sicher sehen wirst auch wenn es nicht heute sondern nach millionen geburten sein wird da hast du fest geglaubt dass meine worte wahr sind und du sicherlich meinen anblick erhalten wirst dadurch hast du mich für immer in dein herz gebunden du bist mein sänger du bleibst bei mir es war nicht ernst gemeint was ich von den millionen geburten sagte und wenn du millionen vergehen begehst sie sind unwahr du wirst mir immer lieb und teuer sein dein leib besteht aus bhakti du bist mein diener auf deiner zunge wohne ich immer da als Mukunda die ermutigenden Worte brabus hörte weinte er und klagte sich selbst an und schallt sich dieser mein fauler mund stimmte nicht zu dass bhakti das höchste ist ich habe keine bhakti was tut es gut ihn sehen zu dürfen kann es freude ohne bhakti geben wie ging es dem duryodhan krishna zeigte ihm seine allgestalt krishna zeigt ihm seine allgestalt welche die wehen zu ergründen sich mühen und duryodhan sah sie doch ging er mit seinem geschlecht erbärmlich zugrunde er hatte keine freude bei seinem anblick warum es mangelte ihm bhakti fußnode 434 vergleiche bhagavatam 29.45 sie sehen ihn doch sehen sie ihn nicht oh weh dass dieser mein fauler mund nicht um bhakti bad was hilft es ihn sehen zu dürfen die freude des bremer kann mir nicht zuteil werden durch die kraft des bhakti yoga vermag der ananta wie im spiegel unendlich viele universen zu tragen auf jedem seine tausend von häupter so wie ein tröpflein und er ist trunken vom singen deines ruhmes und trägt alles er der selbst doch ohne grundlage und stütze ist wieso vermag er es durch die kraft des bhakti yoga weil ich sündigen sinnes nicht um bhakti bat kann es in zahllosen geburten mit mir nicht aufwärts gehen durch bhakti yoga wurde narada zum großen seher oh ich armseliger wurm dass ich nicht um bhakti bat denn ohne bhakti habe ich nicht die shakti dich zu sehen fußnode 435 es ist das kennzeichen der großen prima bhaktas dass sie gerade weil sie die höchsten bhaktas sind immer meinen sie hätten überhaupt keine bhakti und mokunda reckt die arme hoch und weint mokunda der große diener der leib zittert unter seinem heftigen atemstößen mokunda ist ein bhakti der außer ihm nichts kennt er ist von ewigkeit her ihm eigen wie soll ich ihn beschreiben er zählt zu denen die chitanya sehr sehr lieb sind und er der Prabhu Vishwambara schämt sich ein wenig als er mokundas niedergeschlagenheit sah er scheut sich immer als Herr letzte wahrheiten auszusprechen er hatte mehr gesagt als mokunda ertragen konnte und er sagt die bhakti des mokunda ist mir sehr lieb und teuer wo immer du auch singst dort werde ich sichtbar werden und was du sagtest es ist nur zu wahr ohne bhakti ist alles umsonst selbst wenn einer mich mit seinen augen sieht fußnote 436 gemeint ist nicht etwa ein sehen mit einem auge der frömmigkeit mit dem man etwas subjektiv sieht was objektiv gar nicht da ist ohne gottes eigene erkenntniskraft bhakti sieht man auch wenn man den edelsten charakter und die größte tugend hat höchstens einen einzigartigen menschen das was die ewige wirklichkeit tatsächlich ist sieht nur gottes eigene erkenntniskraft die bhakti nur mit ihrer hilfe kann man sehen wer gott ist vergleiche gita 18.55 alles was du mukunda sagtest das alles sind meine worte wie sollten auch andere worte auf deine lippen kommen oh mukunda ich verteile die bhakti durch deine gesänge will ich bhakti austeilen siehe her all die weischen was hier sie werden tief erfasst wenn du singst so wie du mir lieb und nahe bist so mögest du allen diesen großen bhaktis hier lieb sein wo immer auch ich avatar werde dort wirst du mein sänger sein in Klammer Chaitanya Bhagavata Madhya Kanta 22 Bestrafung der Mutter eines tages saß Mahababu Gaurasundara wieder auf dem Throne Vishnus und offenbarte dass er der Herr Gott selbst ist und er teilte Bhakti Yoga aus und er gewährt was ihnen lieb ist Bhakti zu ihm die sie für sich selbst und für andere erbitten lachend gibt er allen bremabhakti schrie was gibt er ei in Klammer Chaitanya's Mutter Saji bremabhakti alle wünschen es brabu sage das nicht schrie was ich werde ihr nicht bremabhakti sie beging ein vergehen apparata gegen Vaishnavas das steht der bremabhakti im Wege fußnote 437 obwohl Saji in jeder avatar lila die Rolle der Mutter Gottes spielt wird ihre bremabhakti durch ein vergehen gegen die Vaishnavas verhindert schrie was der große sprecher sagt wenn es so ist dann wollen wir alle den leib aufgeben in ihrem Schoße bist du sichtbar geworden wie ist es möglich dass sie nicht des prema yoga würdig ist sie ist unser aller leben sie ist die Mutter aller oh herr gib deine verstellung auf schenke ihr bhakti du bist ihr sohn und sie ist die Mutter aller Mütter ein kind wägt nicht das vergehen seiner eigenen Mutter und falls sie auch ein vergehen gegen einen Vajnava begangen hat begnade sie und hebe somit ihr vergehen auf brabu ich lehre euch dies ich kann ein vergehen gegen einen Vajnava nicht wegnehmen es sei denn der Vajnava selbst verzeiht es wenn er darum gebeten wird sie beging ein vergehen gegen den nada in klammer advaita wenn sie von ihm Verzeihung erhält dann nur erhält sie gnade in klammer prasada von prema wenn sie den staub der füße des advaita auf ihr haupt nimmt und advaita ihr vergibt dann wird sie prema bhakti erlangen das ist meine regel fußnote 438 das vergehen sagis besteht darin dass sie advaita in klammer das bedeutet der zweitlose der unvergleichliche tvaita in klammer das bedeutet der entzweier nannte das vergehen sagis bestand darin dass sie advaita tvaita nannte sie tat das weil sie meinte dass vishvarupa ihr älterer sohn unter den einfluss advaitas das haus verlassen hatte und sannyasi geworden war da gingen die bhaktas zu advaita und berichteten alles er vergegenwärtigte sich sofort den von zeit und raum unbegrenzten gott und sagt wollt ihr mir mein leben rauben in ihrem schoß wurde brabu avatara sie ist meine mutter ich bin ihr kind ich bin der empfänger des staubs der füße der ei ich verstehe nichts von ihrer größe sie ist vishnu bhakti sie ist die ei sie ist die mutter der welt wie könnt ihr von so etwas überhaupt reden obwohl es nur ein wort dieser welt ist und ein wort der volks sprache in klammer im sanskrit aria der edle so nimmt doch die kraft des bloßen wortes ei alles leiden hinweg wenn es jemand ausspricht sie sie die ganga sie ist die ei kein unterschied besteht zwischen beiden devaki jashoda das ist sie und während er sprach versank er in ihre größe und verlor das bewusstsein der außenwelt da verstand die ei das ihre zeit gekommen war kam aus dem inneren des hauses heraus und nahm den staub von den füßen advaitas und salbte damit ihr haupt obwohl sie die größte alle weichen was ist bhakti in gestalt die sogar die kraft hat ihn in ihrem schoß zu tragen als sie den staub von advaitas füßen nahm wurde sie überwältigt von prima und verlor das bewusstsein der außenwelt da rufen die bhaktas er ist siegreich er ist siegreich das advaita ohne bewusstsein der außenwelt ist geschieht durch die Größe und kraft der ei dass die ei ohne bewusstsein der außenwelt ist wird durch das erleben der größe und kraft des advaita verursacht so überwältigt die macht des einen den anderen da lacht bravo vishvambara der auf dem throne vishnu sitzt und sagt zu ihr jetzt sei dir vishnubhakti zuteil denn du hast keinen apparater mehr gegen advaita in dieser weise lehrte er die mutter als beispiel nehmend dass man sich vor vergehen gegen die vishnavas hüten solle in klammer chetanya chandrodayam 1 im im ersten akt chetanya chetanya chandrodayam wird dieselbe szene geschildert in tiefem staunen erkennt da saji die gottes majestät ihres sohnes und sie die nur die volkssprache spricht preist ihn nun auf sanskrit mit denselben worten die sie einst als devaki die mutter krishnas im königsland zu ihrem kinde krishna nach dessen geburt gesprochen hatte in klammer bhagavatam 10.3.31 er in dessen leib das universum spielend platz hat diese ewige göttliche person der puruja wurde in meinem schoße manifest das aufleuchten gottes macht wirklich alle geburt in der menschenwelt zum zerrbild in klammer vidambana chaitanya chandrodayan 2 der mohammedanische schneider das spiel bhagavans ist ganz spontan seine gnade ist ursachlos zu seiner mutter und zu einzelnen geliebten gefährten ist er zuweilen streng und scheinbar ganz unwürdige überschüttet er mit gnade eines tages umwandelte mahababu den tempel ins schrie wases haus in einer ecke saß ein mohammedanischer schneider und nähte er war ein trunken bolt als er wie schwamberer sah wurde er trunkener als vom schnappstrinken und wurde vollkommen hilflos mit großen augen lachte er hi 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 was habe ich denn da gesehen harris sträuben war auf seinem leibe tränen ströme die ganze brust war nass und er warf das tuch an dem er nähte weit weg und fing mit hoch geschleuderten armen an zu tanzen als mahabrabhu das sah sagte er zu schrie was woher kommt denn plötzlich das freudenfest dieses mannes schrie was sagte scherzend bhagavan das ist die unerhörte macht deiner freude die alle überlegung wegnimmt dass er dessen verstand von vielen schnappstrinken nicht verwirrt ward in einer sekunde da du ihn anblicktest vollkommen trunken wurde und dass der sünder sündlos wurde frei von der unwissenheit und ein bhaktar der das höchste wohl der welt bedeutet bhagavans name wurde seine einzige zuflucht und er verließ sein heim nahm das gewand eines abadute an tanzte und sang und obwohl die führenden Mohammedaner ihn beschimpften und bedrohten fuhr er fort im sankirtan des harinamens seine zeit zu verbringen wenn jemand ihn fragte sagte er wie schwambara ist gott und nichts anderes und alle bhaktas bemühten sich gemeinsam nach seinen lebensnotwendigkeiten zu sehen und wie ein vollkommener wandelte er in der welt haben nur an haben wird ja Vielen Dank.